Samstag, 5. Oktober, 14 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern gegen Jena, 3 zu 1. Lena Krill, Yannick Sternberg, Jose, Joach, Matvila, Kevin Kraus, Dominik Schatt, Simonska Katis, Yannick Bachmann, Manfred Schkake, Florian Pick, Fristum H. Himmlein, Christian Kulveter, Joko Pins, Dominik Holkmehr, Tim Kicher, Manuel Miranda, Maximilian Rohr, René Eckert, Dominik Bock, Rapheel, Oparna Gier, Daniel, Ghibrile, Niklas Jan, Marius Skonevig, Heeg, 23.59 Uhr. Dörfü, Muftir.